So, herzlich willkommen liebe Zuschauer. Es dreht sich jetzt alles mal wieder bei uns um das Thema mobile Kommunikation. Wir sind ein Technik-Sender, darauf sind wir auch stolz. Wir sind auch der einzige Technik-Sender, sag ich jetzt mal so dreist. Und wir werden Ihnen jetzt mal so richtig eins auf die Augen geben, damit Sie staunen können, was heute alles denn so möglich ist. Und anfangen tun wir mit der kleinsten Möglichkeit, die man derzeit überall mobil nutzen kann. Und das meinen wir ernst, denn es geht um unsere Smartwatch, um unser komplettes Smartphone am Handgelenk. Alle versuchen so eine Uhr hinzukriegen, wir haben sie. Ja, wirklich ein tolles Gerät. Also ich war total geflasht, als ich das wirklich zum ersten Mal in der Hand hatte. Weil ich dachte, wirklich ist es so Zukunftsmusik, dass es wirklich nicht möglich ist. Weil man kennt es wirklich aus den Filmen, James Bond mäßig. Wird in die Uhr telefoniert, wird mit der Uhr gesprochen. Und dass man dann natürlich auch Internet und Navigation und all solche Dinge auf seiner Uhr hat. Das war für mich immer so weit in der Zukunft. Aber es ist heutzutage schon möglich. Und wir haben es hier. Und das auch noch zu super kleinen Preisen. Ja, 124,50 Euro für unsere in Anführungsstrichen Einsteiger-Smartwatch. Mit der Sie, und das wollen wir Ihnen einmal anhand von Wikipedia zeigen, kennen Sie, ist sozusagen die große Bibel, die große Enzyklopädie, um alles, was es auf der Welt gibt, mal nachschlagen zu können. Können Sie tatsächlich sogar jetzt vom Handgelenk aus. Das funktioniert so überragend gut. Sie sehen es hier mit WLAN überall ins Internet oder mit einem passenden Mobilfunkvertrag, ähnlich wie bei Ihrem Smartphone, tatsächlich auch unterwegs überall ins Internet gehen können. Finde ich schon eine tolle Sache. Aber dass das ans Handgelenk passt, das hätte vor drei Jahren noch keiner gedacht. Nee, natürlich nicht. Ich bin da auch total fasziniert von. Und wir sehen es hier. Also da ist Wikipedia jetzt drauf. Wir können wirklich einfach auf Wikipedia zum Beispiel gehen, auch wenn Sie unterwegs sind und irgendwie eine Frage haben, Sie irgendwas interessiert, Sie vielleicht in einer anderen Stadt sind. Da können Sie wirklich dann einfach kurz Wikipedia aufschlagen und einfach mal nachschauen, wie damals sozusagen große Brockhaus war, glaube ich noch, wo man Sachen nachgeschlagen hat. Und ich habe das hier einfach klitzeklein am Handgelenk und kann dann wirklich mal nachschlagen. Was sich technisch in den letzten 20 Jahren im Bereich Smartphones, mobile Kommunikation getan hat, ist eigentlich schier unglaublich. Und mit Wikipedia habe ich eben den Riesenvorteil, dass ich wirklich alle Fragen des Lebens am Handgelenk beantwortet bekomme. Und Sie sehen es hier, es ist wirklich so einfach. Einfach die Frage eingeben und zwar per Finger über die Tastatur eingeben. Das funktioniert genauso einfach wie auf einem Smartphone, auf einem Tablet-PC. Denn das Betriebssystem, also das Programm, mit dem Sie arbeiten, ist genau das Gleiche, wie zum Beispiel bei unseren Touchlets oder SimValley-Produkten. Das ist nämlich Android und das ist das weltweit meistverkaufte und meistgenutzte Betriebssystem. Und insofern können Sie sich da auf bewährte Technik verlassen. Auf jeden Fall. Und ich kann natürlich nicht nur damit auf Wikipedia gehen und Sachen nachschlagen, sondern ich kann damit halt wirklich auch, Sie sehen es hier, mal eben meine sozialen Netzwerke sozusagen checken. Hier sehen wir gerade auf Facebook zum Beispiel, das geht auf der Uhr auch wunderbar. Da kann man einfach dann wirklich eintasten, ganz normal, wie Sie es von Ihrem Smartphone normalerweise kennen. Oder halt wirklich, ja, von Ihrem Laptop dann auch, können Sie da wirklich mit der tollen Uhr, mit dieser tollen Smartwatch dann einfach online gehen und sich da auch mit, ja, Freunden unterhalten und, und, und. Was jetzt auch noch interessant ist, dass Sie sich eben nicht nur per Bild, per Wikipedia informieren können, per allen anderen Tageszeitungen, die es da gibt, denn die können Sie heute alle auch schon online erreichen, sondern Sie können damit sogar filmen und fotografieren. Ist natürlich ganz witzig, wenn es niemand mitbekommt. Ich sitze abends gemütlich in der Runde und vielleicht schon beim zweiten oder dritten Glas Wein. Und dann werden die Gespräche sehr lustig und manche Menschen werden dann insgesamt auch lustig. Und wenn ich das dann einfach mal vom Handgelenk aus filmen kann, und zwar ein richtig filmreifer Qualität, nämlich mit drei Megapixel von der Qualität her, dann wird man am Schluss wirklich nicht schlecht staunen, wenn ich sage, Leute, guckt mal, schaut mal schnell auf meine Uhr, ich habe euch gefilmt. Irre. Ja, total. Und wir sehen auch die junge Dame gerade hier, die da wirklich an dieser tollen Burgruine sitzt und jetzt mal eben schnell nachschlägt, was es mit der überhaupt Aufsicht hat, ein paar historische Daten kurz nachschaut. Und dann kann ich natürlich auch vom Handgelenk direkt telefonieren und kann zu Hause anrufen und sagen, hier Mama, ich sitze hier gerade draußen, alles ist gut, danke schön, ja, mach's gut, ciao. 32 Gigabyte passen hier Speicherkapazität rein, kleine Micro-SD-Karte mit ins Gerät integrieren und schon können Sie hier Musik, Informationen, Filme, Fotos und Spiele aller Couleur draufladen. Ich zeige Ihnen auch mal hier ADAC, günstiger Tanken. Leo, ein ganz tolles Übersetzungsprogramm, wenn ich im Urlaub mal schnell eine Frage habe. Ich bin beim Einkaufen nachmittags... Das ist auch eine kostenlose App, die kann man sich dann wirklich runterladen auch. Ich bin nachmittags auf dem Markt beim Einkaufen und weiß jetzt nicht wirklich, was Tomate auf Spanisch heißt. Na, dann gebe ich das hier ein und schon geht's los. Und es gibt noch so viele zigtausend andere Möglichkeiten, diese wunderschöne Smartwatch zu nutzen. Wenn Sie im Wald unterwegs sind, sich mal verlaufen haben, lassen Sie sich nach Hause navigieren. Wenn Sie mal nach Hause telefonieren wollen, dann müssen Sie nicht erst auf Fahrrad steigen und durch die Luft treten. Nein, Sie nehmen einfach nur Ihre Smartwatch und telefonieren dann weltweit. Und das ist das Tolle, mit diesem Smartphone einfach nur vom Handgedenk. Jetzt guck dir das mal an. Drauf gucken, sich orientieren, sogar ein Kompass integriert. Ja, super. Fantastisch. Super schön gemacht. Viereckige Uhren, also quadratische Uhren kommen immer mehr in den Trend. Und wir haben den Navigationsempfänger sogar in unserem Silikonarmband integriert. Das ist nämlich ein sehr robustes Armband. Und hier vorne steckt dieser kleine Empfänger drin. Sie sehen, das erhabene Teil. Und hier oben ist übrigens der Lautsprecher von unserer Smartwatch. Und damit kann ich natürlich dann eben ja entweder freisprechen im wahrsten Sinne des Wortes. Oder ich kann natürlich auch jederzeit mal so ein passendes Headset, so ein kabelloses andocken. Und damit ist dann natürlich auch bei usseligen Wettern draußen. Das Telefonieren überhaupt kein Thema, wenn ich spazieren gehe. Beide Hände bleiben nämlich in der Tasche. Und ich bin trotzdem voll in der Redefreiheit. Was wir Ihnen jetzt gleich noch zeigen werden, Kathi hat es schon mal angeworfen, ist unsere sensationelle Kamera hier drin. Die Bestellnummer für unsere kleine AW414, für unseren nochmal in Anführungsstrichen Einsteiger, ist die PX1790 und die 569. Aber für 124,50 Euro hat es das noch nie gegeben. Ne, das ist wirklich ein tolles Einsteigermodell zu einem unglaublichen Preis. So, aber wir sind ja nicht nur Einsteiger, sondern wir sind ja auch Aufsteiger und Weitersteiger. Und wenn Sie das jetzt gerade sehen, hier einer, der so wild fuchtelt, das bin ich, kann man sogar perfekt erkennen. Denn das ist die 3 Megapixel Kamera, die auch in unserer nächsten Uhr verbaut ist, nämlich in unserer AW. Das ist hier vorne drin, sehen Sie das, da ist die kleine Kamera. Jetzt sehen Sie meinen Finger. Und jetzt sehen Sie dann wieder den Herrn Engelmann vom Licht. Hallo! AW420 ist das Thema. Jetzt aus Vollmetall das ganze Gehäuse gemacht mit ganz absichtlich noch kratzfesterer Oberflächenbeschichtung von dem Glas-Display. Die Druckknöpfe, die beiden mit denen Sie durchs ganze Menü gehen können, sind auch aus Metall gemacht. Aber was bei der Uhr noch so toll ist, die ist jetzt auch noch wasserfest. Das heißt, ich kann damit auch jederzeit mal Hände waschen. Da passiert mit der Uhr gar nichts. Und wenn ich irgendwo was Wichtiges mal im Telefonbuch suche, dann suche ich das ab sofort an meinem Handgelenk. Ja, das ist super praktisch. Du kannst einfach dein Smartphone nicht mehr verlieren. Du kannst es nicht mehr verlegen. Und gerade wenn du Outdoor wirklich aktiv unterwegs bist, wenn du beim Reiten bist zum Beispiel. Ich stelle mir das so toll vor. Weil da hast du wirklich keine Taschen, um irgendwo ein Smartphone einzupacken. Du hast ja wirklich die Hände an den Zügeln. Oder auch hier, wir sehen es toll, im Einspieler dann direkt. Man ist da auf dem Kinderspielplatz quasi und hat sein Smartphone wirklich immer dabei und ist immer erreichbar. Jetzt stellen Sie sich doch mal vor, es geht auf die Winterzeit los. Wird es ja auch dieses Jahr wieder. Ich hoffe, wir kriegen wieder ordentlich Schnee im Winter. Dann habe ich hier alles am Mann, an der Frau, was ich dann auch für einen Sport brauche. Beim Skifahren zum Beispiel, beim Rodeln gehen mit den Kindern. Wenn Sie Ihr teures Smartphone zu Hause schützen wollen, denn die Uhr ist noch günstiger als jedes Smartphone ohne Vertrag, muss man auch dazu sagen. Dann sollten Sie hier zuschlagen. Schnellerer Prozessor, mehr Arbeitsspeicher, noch besseres Gehäuse, wasserfest. Das ist ganz wichtig. Und 16 GB Speicherplatz runden das zu einer perfekten Smartwatch ab. Schauen Sie sich mal die Fotos an. Das ist alles von unserer Smartwatch gemacht. Total toll. Es ist wirklich klasse. Also so viel Technik für so wenig Preis. Die Uhr kostet übrigens normalerweise knapp 270 Euro und die ist jeden Cent wert. Schau mal, wir haben hier wirklich E-Mails, wir haben den Rechner, Kalenderfunktionen. Also wie Sie es wirklich von Ihrem Smartphone kennen, dann können wir hier rüber streichen. Sie sehen natürlich die ganzen Apps, die sich da alle downloaden können. Wirklich ganz normal YouTube, um Videos zu schauen. Also wie Ihr Smartphone quasi auch, ist hier wirklich alles, alles möglich. Sie haben auch hier Maps drauf, das heißt Navigation wirklich auch. Man kann sich dann wirklich navigieren, das geht alles wunderbar. Und Sie können natürlich diese ganzen Programme, diese ganzen Spiele, diese ganzen Apps, die es da gibt, im sogenannten Google Play Store einkaufen. Und nicht nur einkaufen, sondern das ist definitiv auch so, dass Sie hier sogar kostenlos definitiv einige Dinge runterladen können, die absolut kostenlos sind. Denn es gibt zigtausende Programme, für die ich heute keinen Cent zahlen muss. Ja, viele, viele Programme und Apps sind natürlich kostenlos. Die kann man sich da alle runterladen. Und dann kann man wirklich auch natürlich auch Musik auf seine Uhr ziehen. Wie ein MP3-Player, ne? Ja, natürlich. Und kann dann auch Musik hören. Das ist hier wirklich wunderbar gemacht. Und ich habe natürlich auch eine schicke Uhr, das dürfen wir nicht vergessen, ne? Weil es ist ja im Grunde, es ist ja wirklich eine Uhr. Über 40 Klingeltöne können Sie sich einstellen. Sie können natürlich auch von einem passenden Song, den Sie sich draufgeladen haben, den als Klingelton verwenden. Sie können auch die Hintergründe auf Ihrem Display alle so einstellen, wie Sie das haben wollen. Das ist schon echt toll gemacht. Dass Technik heute so wenig kostet, das machen wir wieder möglich. Denn 25 Jahre Pearl bedeutet nicht nur Innovationen zuerst erleben, und das ist bei uns immer der Fall, sondern auch richtig sparen. 199,50 Euro. Die Presse hat sich überschlagen für diese Uhr. Und übrigens bis zu, aus der persönlichen Erfahrung, aus 90 Stunden Akkulaufzeit. Im Standby-Betrieb lässt diese Uhr zu. Wollen Sie sie haben, schlagen Sie zu. Den Preis werden Sie sonst nicht kriegen, außer in dieser Sendung. Bestellnummer haben wir natürlich auch für Sie. Die PX1795 und die 569 ist da die Bestellnummer. Wenn Sie es jetzt aber klassisch möchten und sagen, ne, ich will einfach ein Smartphone, verdammt nochmal, ich will ein Smartphone, weil das so schön bequem ist, das zu bedienen. Ich stehe aber auf ein 4 Zoll großes Display. Das Smartphone soll rattenscharf aussehen, dramatisch gut verarbeitet sein und auch noch toll in der Handhabung. Ach ja, ne gute Kamera soll auch noch drin sein. Und es soll nicht so aussehen wie jedes andere. Dann haben wir genau jetzt das richtige Smartphone für Sie. Oh, das ist so schön. Schauen Sie sich das an. Das neue SP2 Slim. Ein wirklich extrem dünnes Smartphone. Das dünnste Smartphone der Welt wohl. Mit der 5 Megapixel Kamera von hinten. Also wirklich traumhaft schön. Dass man in so ein kleines, schmales, wunderschönes Designgehäuse so viel Technik reinpacken kann, fasziniert mich jeden Tag wieder. Ich gucke mir das immer wieder an. Schau mal, wie dünn das ist. Das ist so irre. Wow, was heutzutage technisch machbar ist. Schauen Sie mal. 5,88 Millimeter. Das ist so ein, das ist dünner als ein Pfefferminzblättchen. Hier hinten die 5 Megapixel Kamera oben verbaut. Macht ganz tolle Fotos. Aluminiumrückseite richtig wertig verarbeitet und an der Front einfach auch nur totschick. Egal wie das drehst du das, wenn es das sieht von so fantastisch aus, von so, von so. Andersrum natürlich auch und auch von hinten. Ich habe noch nie so ein toll zu Ende designtes Smartphone gesehen wie unser Slimy. Ja, ich finde es auch wunderschön. Am schönsten finde ich wirklich das Display, weil das wirklich bis zum Rand geht mit diesem schwarzen, glänzenden, lackigen. Das ist so wunderschön. Das ist so ein richtiges Designobjekt. Und schau dir mal das Display an, wie brillant das wirklich ist. Diese hohe Farbauflösung. Das Tolle ist ja, dass es nicht nur schön ist, sondern auch alles an Ausstattung drin hat, was ich erwarte. Sie können sich navigieren lassen. Wir haben die 5 Megapixel Kamera hinten drin. Hier vorne ist auch nochmal eine für die Videotelefonie. Finde ich immer noch eine ganz tolle Lösung. Und natürlich dann auch passenden Prozessor und genügend Arbeitsspeicher drin. Damit natürlich auch Programme, Spiele superflüssig laufen und sie eben nicht ewig warten müssen, bis endlich sich irgendwas öffnet, sondern das einfach richtig lockerflockig geht. Schauen Sie mal, so einfach ist heute Telefonieren. Kostenlos übers Internet auch noch. Und dann sehe ich mein Gegenüber. Also bequemer und schöner geht es heute gar nicht. Also wirklich ganz einfach. Wir sehen es hier, diese Videotelefonie. Da kann man seinen Gegenüber wirklich dann einfach sehen. Und das kann man sich auch dann natürlich kostenlos das nötige Programm runterladen. Das geht dann auch ganz einfach. Also es ist wirklich eine tolle Sache. Und es macht so viel Freude, mit diesem tollen Smartphone umzugehen. Und auch hier, also mich begeistert vor allem der Preis. Sie sehen es ja jetzt eingeblendet. 137,50 Euro. Das ist wirklich vertrags- und Simlog-frei. Das heißt, für diese 137,50 Euro bekommen Sie das Telefon. Vertrags- und Simlog-frei. Das heißt, Sie können da wirklich die Karte Ihrer Wahl einfach einlegen und können los telefonieren. Sie gehen da keinen langen 12- oder 24-monatigen Vertrag ein. Und das ist, finde ich, immer super wichtig. Jetzt guck mal, jetzt kriegst du hier legendäre Alben, also Musik im Google Play Store. Ach, du bist im Google Play Store schon wieder. Zeig doch mal. Von Bon Jovi, von Eminem, völlig egal. Das ist, das macht auch richtig Spaß in diesem großen Warenhaus einzukaufen. Ja, einzukaufen kann man ja gar nicht sagen. Du bist ja gerade bei Musik, sehe ich, ne? Kostenlos, einfach auch Dinge runterzuladen. Hier, Spiele, Musik. Dann schauen wir mal auch die aktuellsten Bücher und Zeitschriften. Alles das können Sie sich aus diesem Store runterziehen. Und der ist ja in dem Smartphone schon integriert. Das Betriebssystem ist Android. Wir haben das gerade eben bei den Uhren schon angesprochen. Und damit finde ich mich sofort zurecht, gerade bei älteren Herrschaften, überhaupt kein Problem. Sollten Sie mal eine Frage haben, haben Sie bei uns sogar drei Möglichkeiten. Entweder unsere Telefonjahrotten einnutzen, 24 Stunden bei einer Frage, natürlich hier jederzeit Antwort. Sie schicken uns eine Mail an unsere Servicestelle oder an redaktion.pearl.tv. Dann werden wir Ihre Frage in einer der nächsten Sendungen natürlich auch abarbeiten. Übrigens genügend Platz für Fotos, für Filme, für Musik, für Videos und auch für Bücher und Spiele habe ich hier auch drauf. Denn 32 GB passen auch hier wieder als Speicher rein. Wieder so eine kleine Micro-SD-Karte. Und schon habe ich alles das, was ich gerne bei mir habe, nämlich meine Musik, meine Liebsten auf Fotos oder auch Spiele, immer mit hier in unserem Smartphone mit drin. Ja, das ist wirklich eine tolle Lösung. Ganz, ganz klasse. Und dann auch noch wirklich so schick, also ein sehr designstarkes Smartphone, was wir hier haben. Ein Traum, also gerade, dass es so dünn ist und so zart, das passt wirklich in jede Hemdtasche ja quasi rein. Ach, wir haben Fotos von dir. Ach, wie süß. Guck mal. Guck mal, ich habe jetzt einfach mal eins genommen, damit Sie auch mal sehen, wie man das aufziehen kann. So, dann können Sie sich natürlich auch hier durchsuchen, durch die Galerie, welche Fotos Sie gucken wollen. Also einfach mal ziehen aufs nächste Foto. Alles, das ist überhaupt kein Problem. Oder eben gleich mit der Kamera arbeiten. Das macht schon Launen. Am Schluss ist es aber ein todschickes Smartphone. Und ich kenne derzeit auf dem Markt keins, was ich ohne Vertrag mit einer Aluminium-Rückseite in der Verarbeitung für diesen Preis kriege. 137,50 Euro. Der Fantasie sieht so, so... Rattenscharf. Ja, es ist Rattenscharf. Rattenscharf. Und es sieht so teuer aus. Als ich das zum ersten Mal gesehen habe, dachte ich wirklich, es kostet 300, 400 Euro. Und ich war dann total perplex, jetzt auch gerade zu diesem tollen Preis. Wir haben es ja nochmal reduziert. Ja, klar. 137,50 Euro jetzt. Das ist ja nichts, wirklich gar nichts für so ein klasse, schickes Design-Smartphone. Unglaublich. Soll ich mal ganz ehrlich was sagen? Vom Preis-Leistungs-Verhältnis her sind wir bei Pearl TV absolut unschlagbar. Wenn ich mir so ein Smartphone angucke, bei jedem anderen Hersteller, du hast es gerade gesagt, würde ich 500, 600, 700 Euro auf den Tisch des Hauses legen. Oder ich müsste es mir günstiger kaufen mit einem Vertrag. Was Sie aber ganz, ganz, ganz wichtig dazu bestellen sollten, ist für sehr kleines Geld, auch bei unserem Zubehör sind wir super, für 4,66 Euro. Die passende Schutzfolie für dieses traumhafte Display. Schutzfolien sind wirklich immer sehr, sehr wichtig, weil Sie wollen natürlich nicht, dass Ihr Display nicht nur bei diesem Smartphone, sondern generell halt auch bei den Touchlets zum Beispiel, dass da irgendwie das Display direkt eine Schramme bekommt. Und daher wirklich bitte eine Display-Schutzfolie immer direkt mit dazu bestellen. Die hilft dann natürlich auch gegen Schmutz, Kratzer und auch diese Fingerabdrücke, die man natürlich schnell drauf hat, ist sie wunderbar. Also damit ist das Smartphone vorne perfekt geschützt. Kein Kratzer auf dem Display, denn das sollte man sich erhalten. Bleibt nämlich auch der Wert des Gerätes wesentlich stabiler, wenn kein Kratzer drauf ist. Vielleicht haben Sie ja in 2, 3 Jahren und das ist normal, mal wieder Lust sich hin, ein neues Smartphone zu kaufen. Also bei uns können Sie aber auch jedes Jahr eins kaufen, denn unsere sind so günstig. Dass man da zu langen muss. 4,66 Euro mit der Bestellnummer HZ2217 für unsere Schutzfolie. Und Kathi, wenn wir das komplette Smartphone schützen wollen, dann haben wir jetzt auch noch was für Sie. Ja, wir haben dieses tolle Leaf, nennt sich sowas. Also es ist wie ein kleines Täschchen, wo das Smartphone reinkommt. Und das ist natürlich toll, wenn man es dann wirklich mal in der Tasche transportiert oder auch wenn man es im Auto irgendwo hinschmeißt, immer das Smartphone, damit es wirklich optimal geschützt ist. Und das passt hier wirklich perfekt. Also ich stecke das hier rein und das ist extra dafür gemacht. Also Sie sehen, es fährt da wunderbar rein und es hält auch bombenfest. Also das ist hier wirklich optimal dafür gemacht. Sie sehen hier Sim Valley, also wirklich qualitativ toll. Und auch so eine ganz tolle Haptik. Also es ist so ganz, so ein bisschen flauschig. Ist natürlich abwaschbar, spritzwassergeschützt und der eine hier oben, der ist so eng gehalten, damit das Smartphone auch nicht einfach rausrutschen kann. Bestellen Sie es sich dazu. 9,41 Euro unter der HZ2011. Und damit ist das komplette Smartphone dann eben perfekt geparkt, könnte man sagen. Ja, optimal geschützt, perfekt geparkt. Da haben Sie wirklich eine schöne Garage für Ihr neues Smartphone. Und ein Tipp von uns, wenn Sie das Sleeve jetzt in der Sendung zum Smartphone dazu bestellen, dann sind Sie immer noch günstiger, als wenn Sie bei Pearl.de nur das Smartphone bestellen würden. Denken Sie mal dran. Also das ist schon eine ganz tolle Sache. Also das SP2X mit wirklich sinnvollem Zubehör für kleines Geld. Ach ja, packen Sie die Schutzfolie natürlich auch noch mit rein, dann sind wir immer noch unter dem Preis. Als wenn ich bei Pearl.de das Smartphone alleine kaufen würde. So, aber es gibt ja auch die Menschen, die sagen, es muss nicht nur schön sein, sondern es muss ein richtig leistungsfähiges, wahnsinnsaktuelles, mit allem Zipp und Zapp ausgestattetes Business Smartphone sein, was man sich nur vorstellen kann. Da gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Sie stehen entweder in einem Fachgeschäft vor der Vitrine, drücken sich die Nase platt und denken sich, lass ich's. Oder Sie greifen bei unserem niegelnagelneuen SPX 28 zu. Und das hat eine Ausstattung, da müssten wir eigentlich sagen, pass mal auf, wir drehen den Preis auf 800 Euro hoch. Ja, das ist wirklich ein sehr, sehr wertiges Telefon. Wirklich optimal natürlich technisch ausgestattet. Und hat wirklich diese atemberaubende Kamera auch. Also wirklich eine unglaubliche Kapazität. Und so schön gearbeitet. Also ich durfte ja selber schon damit telefonieren und war damit unterwegs. Und ich war total begeistert, weil es liegt wirklich gut in der Hand. Wir haben hier eine, die Rückseite ist so, wie leicht gummiert fühlt die sich an. Ein Softlack, wunderschön gemacht. Ja genau, so ein Softlack nennt sich das, du hast recht. Also es liegt wunderbar in der Hand und es hat eine unglaubliche Klangqualität. Das Display ist natürlich auch mit dieser gewissen Größe einer unheimlichen Farbbrillanz ausgestattet. Also es macht wirklich Spaß, damit umzugehen. Also ich hatte wirklich meine wahre Freude damit. Es war wirklich toll. Ein ausgewachsenes 5 Zoll Smartphone kriegen Sie heute teilweise ohne Vertrag, das ist ganz wichtig, denn Sie kriegen bei uns alle Smartphones ohne Vertrag, nicht unter 600 Euro zu bekommen, wenn ein Name hinten drauf steht. Bei uns steht auch ein Name drauf und da sind immer mehr Menschen der Meinung, das ist eigentlich der richtige Smartphone-Anbieter, denn da kriege ich Bombenausstattung zum kleinen Preis. Wenn ich mir überlege, dass in dieser Kamera, in diesem Smartphone eine 8 Megapixel Kamera verbaut ist, sogar mit LED-Blitz, dann kann ich getrost meine Digitalkamera ab sofort zu Hause lassen. Ja und auch die Videokamera kannst du getrost zu Hause lassen, weil du damit wirklich auch tolle Videos machen kannst. Schau mal, da sind auch noch Fotos von uns drauf. So, dann wollen Sie mal gucken, wie der Kai dumm gucken kann. Geht ganz einfach, haben wir mal fotografiert. Und das Tolle ist, dass ich dieses Bild natürlich sofort auch, wenn ich hier unten drauf drücke, natürlich auch bearbeiten könnte. Da drücke ich hier unten drauf und dann kann ich zum Beispiel... Das ist wirklich ein tolles Bildbearbeitungsprogramm, ich habe damit auch schon so häufig rumgespielt, das ist wirklich toll. So, ich mache ihn jetzt mal hier in der Farbe, dann sieht es noch ein bisschen krasser aus. Das ist irre, zwei Smartphones haben Sie aber gleichzeitig in diesem Gerät, denn Sie können zwei Mobilfunkkarten nutzen. Das bedeutet also, eine fürs Geschäft, eine für Privat. Ich kann da zwei Mobilfunkkarten gleichzeitig einlegen. So heftig das klingt, aber es ist so. Und da sind wir auch eigentlich meilenweit einer der ganz wenigen Hersteller. Jahrelang waren wir der Einzige, der das so gemacht hat. Ich finde das gut, denn wenn ich heute beruflich viel unterwegs bin, habe von meinem Chef ein Smartphone, dann renne ich dann meistens immer mit zwei solchen Dingern rum und habe dann zwei Ladegeräte im Auto. Habe das eine Mal vergessen, dass das andere liegen, das kann alles nicht mehr passieren, denn wir haben hier zwei Mobilfunkkarten drin. Auch im Ausland eine sinnvolle Möglichkeit, um kostengünstig zu telefonieren. Nehmen Sie sich ganz einfach nur eine Prepaid-Karte im Ausland, dann können Sie dazu günstigen Tarifen, SMS schicken und anrufen und vor allem auch angerufen werden. Aber das ist noch lange nicht alles, denn Sie sehen ja dieses traumhafte Display, das können Sie sogar in HD-Auflösung genießen und das ist natürlich auch toll, denn heute werden die Spiele immer aufwendiger, die Grafiken werden immer besser und dann macht es natürlich auch Sinn, so ein tolles Display dazu zu haben. Also schlagen Sie zu. Ja, und du hast hier natürlich auch alle Funktionen wieder, das heißt hier zum Beispiel auch die Kalenderfunktion, also alles möglich und hier kannst du natürlich auch wieder alle möglichen Apps runterladen. Also zum Beispiel hier auf dem großen Display natürlich schön, wenn man auch mal was lesen will, halt die Zeitschriften, hier habe ich jetzt mal Bild aufgemacht, das liest man ja immer ab und zu mal zwischendurch, gerade wenn man ein bisschen Langeweile hat, kann man sich da wirklich die neuesten Artikel anschauen, kann sich informieren, wie sind die Fußballspiele ausgegangen, das ist wirklich wunderbar, also Bild-App, das nutzt glaube ich fast jeder Deutsche. Wir können natürlich ja auch noch viele, viele andere Sachen machen, wir haben natürlich hier auch eine Auswahl von Apps drauf, riesig groß, was man immer möchte, natürlich hier auch wieder, oh Facebook, Facebook ist auch mal wichtig bei mir, dass ich das immer zwischendurch mal meinen Facebook-Account checke, das geht hier auch wunderbar, weil wir wirklich dieses tolle große Display haben, wo auch die Bilder natürlich dann sehr gut dargestellt werden, wenn ich da mal schaue. Das ist wirklich hier perfekt. Bei den Smartphones heute ist es ja so toll, dass ich tatsächlich an Ort und Stelle ein Foto, was ich gemacht habe, jederzeit in die ganze Welt verschicken kann. Und durch die Mobilfunkverträge und durch die Datenübertragung, die ja heute sozusagen durch die Luft übertragen wird, kann ich in Sekundenschnelle alle aktuellen Themen abrufen und natürlich auch jedem zeigen, wo ich gerade bin, was ich gerade mache, was ich gerade esse, scheint ja in Mode zu sein bei Facebook, weil jeder postet immer das, was er isst. Also es ist schon toll und ich kann mich vor allem auch informieren, ich kann mich auch navigieren lassen, das geht nämlich mit dem Gerät auch und damit sind wir bei einem Thema, wo ich sage, boah, also 218,41 Euro, kriege ich ein gutes, ein gut ausgestattetes Navigationssystem mit 5 Zoll Monitor dafür, kann damit aber nicht telefonieren. Hier klicke ich aber ein komplett ausgestattetes Smartphone, sogar noch mit Navigation inklusive, mit einer Traumkamera integriert, mit zwei Mobilfunkkarten, die ich einlegen kann, für schlanke 218,41 Euro und ich muss keinen Vertrag dazu abschließen. Ja, das ist helltoll, dass ich wirklich keinen Vertrag abschließen muss. Wozu ich mein Smartphone übrigens auch immer viel nutze, ist hier die Buchung bei der Deutschen Bahn, kann man hier ganz toll über das Smartphone dann seine Reise buchen. Das geht wirklich ganz einfach, da gibt es auch die passende App dazu, können Sie einfach eingeben, von wo nach wo man fahren möchte und das ist hier natürlich auch auf diesem großen Display wunderbar alles zu erkennen. Das macht auch sehr viel Spaß. Also ein professionelles Smartphone in 5 Zoll Größe, mit einem unglaublich auflösenden Display, mit einer traumhaften Verarbeitung, mit einem richtig geilen Design, entschuldigen Sie mir den Ausdruck, mit genügend Speicherplatz, um alle persönlichen Daten, Musik, Filme und Fotos mitzunehmen. Das muss man sich einfach mal auf der Zunge vorstellen. 218,41 Euro, das ist ein absoluter Knüller. Und jetzt die Bildbearbeitung, Sie sehen es ja auch nochmal, mit der Kamera zusammen. Ich kann so viele Geräte zu Hause lassen. Überleg mal. Das Navigationsgerät. Dann natürlich, ja, ich habe zwei Telefone in einem. Das heißt, mein Business-Telefon kann ich zu Hause lassen. Das ist schon mal toll. Die Kamera, den Videorekorder. Toch, da passt es, geht schon einiges zusammen. Ja, und meine Spielekonsole lasse ich auch zu Hause, denn die Spiele sind heute immer besser, immer besser. Und machen auch auf so kleinen Displays wirklich Spaß. Wobei 5 Zoll ist ja nicht klein. Und dann habe ich eben wirklich alles immer mit unterwegs, was ich benötige. Und so ein Smartphone, so ein Business-Smartphone kostet bei uns mal gerade eben 218 Euro und ein paar zerquetschte. Was Sie aber ganz dringend sofort mit dazu bestellen, das ist ja eigentlich schon fast Pflicht, bei so einem wunderschönen Display, ist die Schutzfolie. Ja, die ist ganz wichtig. Man möchte seinen Bildschirm ja auch schützen. Schauen Sie mal, ich habe gerade so ein tolles Spiel gefunden. Oh, das macht Spaß. Das ist immer lustig. Auch hier wieder das Thema, ganz schnell abgegessen. Keine Kratzer auf dem Display, wenn nur auf der Schutzfolie. Und schau mal, wir haben hier auch immer diese störenden Lichtreflexe im Studio. Ja klar, durch unsere Studie kann man raus. Ich zeige Ihnen das mal, sehen Sie. Da kommt nämlich immer sofort das Licht hier, was hier da drauf fällt. Und das ist natürlich toll, wenn wir hier so eine Schutzfolie drauf haben, weil dann vermindert das natürlich diese Lichtreflexe auch. Also wirklich sinnvolles Zubehör für lang anhaltende Qualität, für lang anhaltende Schönheit für Ihr Smartphone. Und das sollten Sie sich definitiv für das kleine Geld dazu bestellen. Jetzt kommt aber noch ganz wichtig, damit das ganze Smartphone auch richtig hübsch bleibt auf Dauer, noch eine ganz tolle Smartphone-Tasche von uns für Sie. Und die gibt es auch für kleines Geld. 16,06 Euro. Und die ist einfach der perfekte Begleiter für unser SPX-28. Wie ist ein Traum. Schauen Sie sich das mal an. Also man klipst wirklich das Telefon da einfach nur so rein. Das geht ganz fix. Und dann kann ich das hier wirklich wunderbar verschließen. Hier ist so eine Samtoberfläche, sodass das Display natürlich auch optimal geschützt ist. Also es fühlt sich ganz weich, ganz samtig an. Dann mache ich das hier zu. Und hier an der Seite, sehen Sie das? Das ist ein kleiner Magnetverschluss. Der schließt dann automatisch ab. Und ich habe hier wirklich dieses Echtleder-Imitat unglaublich schön. Und schauen Sie mal hier hinten. Da wurde mitgedacht. Die Anschlüsse und Kameras liegen alle frei. Das heißt also auch in der Schutztasche weiterhin alle Möglichkeiten zu nutzen. 16,06 Euro. Ein Pflichtzukauf. Und damit eben Sie wirklich original Zubehör haben vom Hersteller von Sim Valley. Und diese schöne Schutztasche kriegen Sie unter der Bestellnummer HZ2240 unter 569. Ich finde das gut, denn manch anderer Hersteller verlangt für solche Taschen 40, 50, 35, 39 Euro. Und das muss doch ehrlich gesagt nicht sein. Deswegen, bei uns ist es schlau und günstig, sich Top-Produkte mit dem passenden Zubehör zu besorgen. So, und damit Sie das dann auch schnellstmöglichst nach Hause kriegen, müssen Sie jetzt kurz anrufen unter der 080, 51, 51 und 3 mal der 2. Und dann verpacken wir das für Sie. Und es ist ja auch so, dass Sie vielleicht schon mal heute im Laufe des Tages was gefunden haben, was Ihnen ganz gut gefallen hat. Kein Problem. Wir sammeln alles, was Sie im Laufe des Tages bei uns bestellen. Sie zahlen nur ein einziges Mal Versandkosten. Und übrigens ab 150 Euro Warenwert schicken wir Ihnen das sogar noch kostenlos raus. So, und damit gehen wir jetzt noch einen Schritt größer. Denn gerade das Thema zu Hause mobile Kommunikation ist in den letzten Jahren immer mit einem Laptop abgearbeitet worden. Und der ist zwar schon handlicher als ein normaler PC, aber ein genialer Amerikaner, nämlich Steve Jobs, hat dann irgendwann gesagt, wir machen das noch viel kompakter, noch kleiner, noch schlanker. Und am Schluss trotzdem mit dem gleichen Nutzungsumfang wie bei einem normalen PC zu Hause. Aber bei denen kostet das halt dann irgendwie so um die 600, 700, 800 Euro. Und das kann sich nicht jeder leisten. Und deswegen kommen wir wieder ins Spiel mit unseren Touchlets. Und was wir Ihnen jetzt niegelnagelneu vorstellen, und da müssen Sie schnellstmöglichst zugreifen, damit Sie von der nächsten und übernächsten Lieferung eins kriegen, das ist unser XA100, ein 10,1 Zoll Tablet. Och Gott, ich sehe gerade, das ist wirklich derzeit schon wieder vergriffen. Deshalb greifen Sie da wirklich schnell zu, dass Sie da schnellstmöglich wieder eins bekommen. Wir haben hier wirklich diesen unglaublichen Preis von 100 Euro für dieses XA100. Ja, Sie haben richtig gehört. 100 Euro für das komplette Touchlet XA100. Sogar witzig, dass es so heißt, so viel wie es kostet. 10,1 Zoll. Warum? Ganz einfach. Die 9,7 Zoll Tablets können heute in 16 zu 9 nicht auflösen. Da habe ich dann entweder links und rechts so einen schwarzen Balken, oder es sieht nicht so doll aus. 16 zu 9 ist das Format, was ich brauche, wenn ich Filme gut gucken will, richtig? Ja, ganz genau. Und das will ich natürlich auch mobil mal auf der Couch machen. Das will ich im Urlaub machen. Da habe ich vielleicht auch mal Lust zu, während meiner Mittagspause mal was zu gucken. Und insofern ist das hier überhaupt kein Problem, denn mit unserem XA100 können Sie das überall machen, wo Sie ja kabelloses Internet zur Verfügung haben. Das macht natürlich auch zu Hause mal auf dem Balkon abends in so einer schönen Sommernacht auch Spaß. Schön auf dem Campingplatz. Ja, auch da im Urlaub überall. Und dann packe ich mir mein XA100 einfach mit ein und habe dann ja meinen kleinen Flachbildfernseher immer mit dabei. Ja, das ist super praktisch und es sieht wirklich auch richtig schick aus. Schauen Sie mal, es ist wirklich ein Traum, wenn wir uns das mal anschauen. Es ist natürlich ein unglaublich großes Display hier wirklich, also perfekt, um wirklich Filme zu schauen. Es ist quasi wieder für gemacht. Ja, eben. Und Sie sehen es jetzt auch, aufgrund der Breite kann ich eben 16 zu 9 perfekt vorstellen. Jetzt ist es aber nicht nur so, dass dieses Touchlet XA100 diese tolle Displaygröße hat, sondern das ist auch noch richtig gut verarbeitet. Sie können für 100 Euro bei uns erwarten, 10,1 Zoll Display mit einer richtig tollen Auflösung, ein komplettes Aluminiumgehäuse, die Möglichkeit bis zu 32 Gigabyte mit so einer kleinen Speiserkarte reinzupacken. Boah, unglaublich. Und Sie kriegen das aktuellste Betriebssystem derzeit von Android, nämlich das 4.4. Noch schneller gibt es sogar jetzt schon die Möglichkeit, kabellos Drucker anzudocken. Das heißt also, wenn Sie zu Hause einen sogenannten netzwerkfähigen Drucker haben, können Sie den mit unserem Touchlet kombinieren und dann einfach alles das, was Sie aufgehoben haben, sofort mit einem Druck auch ausdrucken. Und da steckt jetzt wirklich alles an geballter Technik, was ich heute erwarte. Ein richtig leistungsfähiger Prozessor, toller Arbeitsspeicher. Das heißt also, für Lesen, für Spiele, für Internet surfen ist an alles gedacht. Aber 100 Euro, da kann ich nichts verkehrt machen. Nee, natürlich nicht. Und was mich dabei auch richtig fasziniert, ist nicht nur, also natürlich kann man darauf auf Filme schauen, aber man kann auch wunderbar darauf lesen. Also man spart sich sozusagen auch den E-Book-Reader, den man im Zweifelsfall auch noch kaufen würde. Weil schau mal hier auf diesem tollen großen Format, wie toll ich hier lesen kann. Also zum Beispiel hier Rapunzel, mal so ein schönes Märchen. Und dass es hier wirklich wunderbar zu lesen ist, wunderbar dargestellt ist. Und ich kann dann hier auch wirklich toll umblättern. Das macht richtig Spaß, schauen Sie sich das mal an. Also es ist wirklich ganz, ganz klasse. Wie ein Buch, was ich lesen kann. Ja, es ist wirklich wie ein Buch und toll, oder? Urlaubszeit. Du kannst kommen, denn ich nehme jetzt 20 Bücher mit und die stecken alle hier drin. Vor allem, ich kann hier auch, guck mal, ich kann dann wirklich so, wenn mir die Schrift mal ein bisschen zu klein ist, mache ich es einfach mal ein bisschen größer. Hast du schon mal versucht, bei einem Buch die Schrift zu vergrößern? Nee, beim Buch geht das leider nicht. Da bräuchte ich ja die Brille. Also, das Tolle ist, dass das technisch heute alles über diesen Displays möglich ist. Sie brauchen es nämlich einfach bloß mit einem Fingerzeig einfach hier groß oder klein zu ziehen. Ich finde das wirklich toll, was heute technisch möglich ist. 10,1 Zoll für 100 Euro. Bitte jetzt wirklich vorbestellen. Die nächsten beiden Lieferungen sind alle so gut wie weg. Jetzt liegt es an Ihnen. Wenn Sie das haben wollen, müssen Sie anrufen. Und die Bestellnummer angeben. Die brauchen Sie nämlich. Und das ist die PX8838 und die 569. Leistungstechnisch an alles gedacht. Neuestes Betriebssystem drin. Und natürlich sogar noch eine Kamera für die Internet-Telefonie. Also, Herz, was willst du mehr? Ja, hier ist wirklich wieder alles drin. Also wirklich ein Top-All-Round-Gerät und sieht super schick aus. Und was einer meint, du flasht, ist einfach dieser Preis von 100 Euro. Also, das ist einfach irre, dafür so ein tolles Gerät zu bekommen. 5,5 Stunden Akkulaufzeit. Also, auch mal für eine längere Bahnfahrt in Urlaub, wenn Sie draußen am Pool liegen, gemütlich eine Liege besetzt haben. Alles auch kein Thema. Wunderschön, leistungsfähig, aber eben nur 100 Euro. Und das ist auch zu unserem 25-jährigen Jubiläum. Denn wir feiern das auch im Vierteljahrhundert, Pearl. Das muss man schon mal gebührend feiern. Und dass Sie natürlich jetzt in den Genuss von so einem günstigen Tablet kommen, ja, das ist definitiv Ihr Glück. Ja, freuen Sie sich drüber. Greifen Sie da wirklich zu, wenn Sie so ein tolles Tablet haben wollen. Die Bestellnummer hier, die PX8838 und die 569. Och, da sehen wir noch mal die Bilder. Oh, wie schön. Schau mal. Das ist jetzt einfach auch mal eine Möglichkeit, jüngeren Leuten mal so ein Touchlet zu schenken. Das tut nämlich nicht weh. Das sind immer gerade 100 Euro Investitionskosten. Damit aber auch dieses Touchlet perfekt geschützt ist, haben wir natürlich auch hier wieder Originalherstellerqualität, die passende Schutzfolie. Schutzfolie. Und mit dieser Schutzfolie kann eben dieses wunderschöne Display auch nicht mehr verkratzen. Schauen Sie sich das mal an. Ja, wirklich toll. 16 zu 9. Genial. 4,66 Euro. Auch hier wieder unser Hauspreis, mit dem Sie auch nichts verkehrt machen können. Einfach dazu bestellen. Ach so. Und jetzt wollen wir immer, ah, hast du ein Foto gemacht. Jetzt wollen wir mal zeigen, was die Kamera innen drin noch kann. Die Kati hat nämlich noch ein Foto gemacht von uns. Ich habe mal eben ein Foto gemacht. Bitteschön. Geht auch. Es macht halt wirklich Spaß, wenn man sich auch mal selber bei der Arbeit fotografieren kann. Ist schön. Also die Bestellnummer für die Folie ist die PX 5945 und die 569. Und damit können Sie dann eben genauso witzige und verrückte Fotos machen. Oder eben auch Internet-Telefonie. Und das ist schon eine sehr tolle Sache. Aber wir sind noch lange nicht am Ende, denn 10,1 Zoll ist die neueste Größe. Wenn Sie aber auf den Klassiker nicht verzichten wollen, dann haben wir jetzt auch noch was für Sie. Denn es geht jetzt weiter mit unserem unglaublichen X10 Quad V2. Und das ist mal ein Tablet, wo ich sage, da brauche ich nichts mehr. Da brauche ich gar nichts mehr, außer nur bei uns zuzuschlagen. Denn für den Preis, für den wir dieses gigantische Tablet anbieten, da fragen sich alle anderen Hersteller, wie machen die das? Es steckt hier alles drin und noch viel mehr, was ich normalerweise in Preisklassen von 600 bis 900 Euro erwarten kann. Das ist wirklich ein Gerät, was ich mit den ganzen wirklich teuren Geräten messen kann. Und was wirklich genauso gut abschneidet. Also wir haben hier dieses Display alleine. Ist so brillant. Möchtest du das einmal zeigen? Das ist sehr wahnsinnig. Aber gerne noch. Da sehen Sie es. Die Amerikaner nennen es Retina, damit es einen Namen hat. Unser Kind heißt einfach IPS-Panel. Wir sagen einfach, oder besser gesagt, es ist so, es ist das gleiche Display, was Apple auch verbaut mit dieser unglaublichen Auflösung. Das heißt also, Spiele super brillant. Fotos angucken, ein Traum. Und im Internet surfen natürlich die gleiche Schau. Das ist aber noch lang nicht alles, sondern es ist auch hier ein Prozessor der neuesten Generation drin. Sie haben Arbeitsspeicher bis zum Abwinken. Zwei Kameras drin, wovon die eine richtig Gas gibt. Ja. Fünf Megapixel auf der Rückseite, also gestochen scharfe Fotos machen. Was anderes, ja, Touchlets können, wenn ich 150 Euro mehr investiere, ist dann auch überall in Deutschland ins Internet gehen. Denn da gibt es dann so ein passendes LTE-Modem, nennt das das, das nennt sich das. Das heißt also per UMTS, also über Mobilfunk, auch an Orten, wo ich kein kabelloses Internet habe, trotzdem ins Internet gehen können, weil es über einen Mobilvertrag geht. Wir haben uns aber gedacht, Moment, alle anderen Tablets dieser Welt können eins nicht. Telefonieren? Telefonieren. Und wenn wir jetzt mal unten auf das Display gucken, dann sehen Sie da unten einen... Der Hörer. Hörer, ganz genau. Ja, irre. Und da drücke ich drauf und schon haben Sie ein riesengroßes Wahltastaturfeld, um dann anrufen zu können. Geht ganz einfach. Dieses Gerät unterstützt die Bluetooth-Funktion. Das heißt, Sie können einen kabellosen Headset andocken und dann kann ich mal ganz gemütlich das Gerät auf den Tisch legen, hier in großen Buchstaben wählen. Also das ist auch für dicke Wurstfinger wie für meine perfekt gedacht. Und damit habe ich dann ein All-in-One-Gerät. Überleg mal, du kannst noch navigieren damit, man kann es als E-Book-Reader verwenden und dann können Sie auch noch telefonieren mit einem 9,7 Zoll Touchlet. Also wenn das nicht ein Knaller ist, dann weiß ich es auch nicht. Es ist wirklich ein tolles All-Round-Gerät, also wirklich ganz, ganz toll. Und das zu diesem unglaublichen Preis, also 269,50 Euro hier. Und schauen Sie mal den Stadtpreis an, der da wirklich durchgestrichen ist. Das ist der wirkliche Stadtpreis. Also dieses Gerät ist normalerweise unglaublich teuer, weil wirklich qualitativ sehr, sehr hochwertige Technik da verbaut worden ist. Ach, wir sehen hier gerade die schöne Kauf-Da-App. Da kann man auch Prospekte online blättern, kennen Sie das schon? Das ist wirklich ganz toll. Sie bekommen ja die Prospekte normalerweise in Ihren Briefkasten. Und hier ist das dann sozusagen wie die Prospekte aus Ihrem Briefkasten, nur online. Und dann kann man das da alles durchblättern und kann schauen, wo man als nächstes einkaufen gehen möchte. Also wirklich eine tolle App. Und wenn Sie richtig puren Luxus erfahren wollen, im wahrsten Sinne des Wortes, dann nehmen Sie hier X10 Quad V2 mit ins Auto, in Ihr Wohnmobil und lassen sich einfach mal mit 9,7 Zoll navigieren. Da zahle ich heute für 8 Zoll Monitore für ein Navigationssystem bei deutschen Automobilherstellern 2, 2500, 3000 Euro und habe noch nicht mal die Displaygröße hier. Hier geht es ganz einfach über Google Maps. Das Programm kostet nichts. Das ist bei dem Android-Betriebssystem automatisch mit drin. Und damit kann ich groß und klein ziehen und weiß ganz genau, wo ich hin muss. Gebe einfach den Start und den Zielort ein und das wird mir dann alles perfekt berechnet. Und dann kann ich auf 9,7 Zoll jede kleinste Einbahnstraße finden, die ich mit einem normalen Navigationssystem am Display übersehen würde. Ja, vor allem, da es über Google ist, kann ich mir auch direkt zum Beispiel Cafés in meiner Umgebung anzeigen lassen oder Sightseeing-Objekte oder, keine Ahnung, das nächste Kino. Das ist hier alles möglich. Ein Hotel, wenn ich einsuche. Apotheke. Ja, Tankstelle ist auch immer ganz wichtig. Das ist immer meine Lieblingsfunktion. Eine Tankstelle finden. Da können Sie sich dann auch noch ein Programm draufziehen, damit Sie wissen, wo Sie in einer fremden Stadt am günstigsten tanken. Da gibt es nämlich heute diese Tank-so-günstig-wie-möglich-Applikationen, diese Programme, die kriege ich zu einem ganz großen Teil auch kostenlos im Internet. Und Stereo-Lautsprecher haben wir auch noch integriert. Wir haben einen rasend schnellen Prozessor, man nennt das heute Quad-Core, also einen Vier-Kern-Prozessor. Oh, schau, es wird gespielt. So, und jetzt wird es interessant. Jetzt wird es sehr interessant. Jetzt gucken Sie sich nämlich mal die Grafik an von diesem wunderschönen Touchlet. Da macht es doch richtig Spaß zu spielen, oder? Total. Also gerade auf diesem Display, das ist ja wirklich so groß. Da war die Erdwärme überrascht. Das macht so Spaß. Ganz genial. Da war die Erdwärme überrascht. Jetzt überlegen Sie mal. 269,50 Euro in dieser Rennung zum Sonderpreis. Bei Pearl.de kostet es nämlich normalerweise auch schon unglaubliche 299,90 Euro. Ja, wir sagen einfach bei Pearl.tv, nutzen Sie den TV-Sonderpreis und sparen Sie einfach nochmal mit rein. Und übrigens, Telefonkarte kommt hier oben in dieses kleine Modem, in diesen Einschub rein. Den versenke ich dann im Gerät und dann kann ich telefonieren, navigieren und natürlich auch jederzeit von überall aus ins Internet gehen. 64 GB Speicherplatz können Sie hier integrieren, zu einer kleinen Speicherkarte. Also, Herz, was willst du mehr? 269,50 Euro. Wahnsinn. Und damit können Sie dieses Traumgerät Ihr eigen nennen und müssen eben keine 800 oder 900 Euro auf die Kasse im Fachhandel legen. Ja, das ist hier wirklich top. Also wirklich einen TV-Sonderpreis hier für dieses wunderschöne Gerät. Und Sie wissen, der Preis ist bis 2 Stunden nach unserer Sendung gültig. Deshalb schlagen Sie da wirklich zu oder rufen Sie an oder bestellen Sie bei www.pearl.tv. Ja, im Internet geht es natürlich auch. Übrigens noch ein kleiner Tipp von uns. Wir sind übrigens seit neuestem auch wieder in SD empfangbar. Schalten Sie schnellstmöglichst mal Ihren Sendersuchlauf ein, wenn Sie uns derzeit nur über den PC empfangen können, weil Sie keinen HD-Receiver zu Hause haben. Es gibt uns jetzt auch wieder in SD. Viele Kunden haben gesagt, wir wollen euch weitergucken, wir konnten aber nicht, also nutzen Sie das aus, auch kein Problem. Damit wieder zurück zu unserem Touchlet, denn dieses X10 Quad V2, das schlägt derzeit alle Rekorde. Jetzt bestellen und natürlich auch hier wieder Display schützen, ganz wichtig bei so einem traumhaften Display. Wir haben hier wirklich dieses toll auflösende Display und da möchte man natürlich, gerade wenn man hier diese tollen Bilder sich auch anguckt, auf so einem schicken Display, da muss man natürlich eine Schutzfolie haben, um das dann optimal zu schützen. Man möchte ja nicht, dass das irgendwie verkratzt. Schauen Sie mal, wie toll, brillant diese Auflösungen hier sind. Wahnsinn. Wollen wir es mal größer ziehen? Schauen Sie sich das mal an. Irre, oder? Diese Farben alleine und dann kann man da wirklich sich alles angucken, bis ins kleinste Detail. Da sieht man sogar noch den kleinsten Vogel, der hier hinten irgendwo fliegt. Also wirklich ein Traum. Macht Lust auf Urlaub, oder? Und dann können Sie das Touchlet mitnehmen und alles auch mal perfekt fotografieren. Ganz wichtig jetzt auch, natürlich nicht nur die Schutzfolie, sondern auch die passende Schutztasche bieten wir jetzt Ihnen an. Das ist unsere meistverkaufte, denn die ist nicht nur für unser Touchlet geeignet. Da haben wir ja diese Gumminüppelchen seitlich, sondern wir haben auch noch so acht Klettecken hier im Lieferumfang mit drin. Das heißt, Sie können entweder einen kleinen Notizblock oder ein Smartphone und eben auch ein kleineres Tablet hier einfach mit reinkletten. Hält genauso gut. Ist eine Echtlederoptik und hat vor allem diese Aufstellerfunktion. Und auch die finde ich einfach super praktisch, denn damit kann ich mein Touchlet eben auch als digitalen Bilderrahmen nutzen. Ich kann mir einen Film drauf angucken, je nachdem. Und wie schnell das geht und wie einfach das funktioniert, wollen wir Ihnen mal zeigen. Achtung. Hier haben wir auch wieder diesen tollen Samt, ne? Also das ist wirklich ganz klasse gemacht. Das ist wirklich... Bombenfest, diese Klettecken. Das Display, auch die Rückseite vom Display hier optimal geschützt wird. Und hier sehen Sie diese Gummis, die auch mit diesem tollen Lederaufsatz sind, um das halt wirklich optimal zu schützen. Und dann kann man das wunderbar direkt aufstellen. Perfekt. Kennst du das noch? Raburik Barbatrick. Kennst du noch? Natürlich. Oder halt? Zack. Und wir haben hier auch wieder diesen tollen Magnetverschluss, der halt automatisch hält und es sieht so schön aus. Schau dir das mal an. Das ist so richtig, wie so ein richtiger Kalender oder so. Also wirklich toll, richtig edel gemacht. Nicht langzagen, sondern wirklich zuschlagen. PX 59,28 und die 569 für 28,41 Euro. So, jetzt haben wir Ihnen mal die ganze Bandbreite gezeigt, was wir an mobiler Kommunikation können. Und wir können noch viel mehr, denn wir haben noch eine ganz andere Menge an, ja, wunderschönen Geräten im Programm. Das war es jetzt erstmal von uns, von klein bis ganz groß, von Wahnsinnsausstattung in klein bis Wahnsinnsausstattung in groß auch. Und vor allem auch in 10,1 Zoll für 100 Euro. Jetzt müssen Sie sich bloß noch entscheiden, anrufen und dann wünschen wir Ihnen 48 Stunden viel Spaß mit den neuen Geräten. Ja, schnell ans Telefon jetzt.